hallo und willkommen hier zurück der sommer ist wie lieber in den barmen wie The Captain Toadler willkommen hin und her in Shutterpass 3 sieben wo dann kein mehr kommen wir dann in der nächsten folge dann das mache dann morgen dann den los also also auf die folgen hier mit den fast 100 prozent wenn wir noch nachholen heißt auch dass ich hier alles nachholen werde also halt auch dass ich hier ein kleines bisschen noch so hier damit ich hier ganz regulär damit machen kann also weil es ist da lang und weh ich werde vor allem wau ja 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 Passe aber Auf hier und hepp Weil da vorne geht's hier runter Aber das möchte ich ja gar nicht Also deswegen haltet auf hier WOLT UP Hopp 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 Oh oh Und das ist wahr Oh no Nein nein Waaah Däudet Und da wo ich gerade etwas weiter Na Oh oh Nein Wow Oh no Hälp Nein Ah Hilfe Ah Das nenne ich mal Heute ist Tag der Feld Also Leute Das heißt ich Muss hier irgendwo dann hinkommen Weil ihr euch das Hier noch eine, zwei Runde Wow Halt das Halt das Halt das Und das ist wieder ein Fail Du kannst Halt also ich muss hier aber wieder töten lassen Ok, deswegen, halt also, ich weiß wie ich da noch einmal töne und guck mal ob ich hier einen goldenen Teil kriege, ich glaube hier einen goldenen Teil, also kriegen wir. Aber leider bekomme ich es nicht. Aber dazu habe ich diesen. Halt es. Bam. Und natürlich haltet wieder. Bam. Und nun haltet es wieder nach unten, hier hoch oder bam. Somit kehren wir nun, hier nach unten müssen wir. Und haben somit das Sample geholt und hepp. Heißt auch, nein, 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 wow. Und alle so, jem, 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 jem. Und hier haben wir natürlich geschafft, hier, ihr habt noch ein bisschen zu sicher. Deswegen haltet es auch immer noch nachholen, wie ich im letzten Part gesagt habe. Heißt auch, hier erst wenn ich bei euch glaube ich dann halt die Nachholzeit. Also, ich reinkommen habe. Wurde ich, dass wir die andere Fisten werden. Ich glaube, ich habe einfach irgendwo gesehen, aber wir werden mir, das war der erste Streich. Der nächste Streich kommt erst dann in der nächsten Folge. Dann machen wir dann den Bauzeit zu. Also, der Burg, den machen wir dann in der nächsten Folge. Also, wir haben schon. Guck mal, wir haben also in diesen Part schon ganz viele grüne Cent gesammelt. Heißt auch, da muss ich noch ein bisschen nachholen. Aber wir machen einmal die drei Lokomotive halt auch dann in der nächsten Folge. Da muss noch mein Charakter noch wechseln. Also halt auch Sturmaufbau, das Kugelbeliefs-Express. Also, das sehen wir dann. Aber erst in der nächsten Folge. Werden wir mal einen Daumen hoch vergessen. Und bis jetzt dann in der nächsten Folge. Also, tschüss.